Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe gesagt, Erwachsene lügen nun mal manchmal, besonders bei so kleinen unwichtigen Dingen. Und bei großen, wichtigen Dingen? Da leider auch. Aber sowas bringt doch das ganze Universum durcheinander. Ach, Gott. Das stimmt nicht. Ihr habt mir erzählt, dass ihr jeden Monat Geld für die Tiere spendet. Aber das habt ihr gar nicht gemacht. Und das war ein Fehler. Und den haben wir korrigiert. Ein, zwei, drei. Matti, Lügen wachsen schneller als Wachlosen wachsen. Und Wachlosen wächst verdammt schnell. Das ist vollkommen egal, wer zuerst gelaufen hat. Deshalb sollte man das mit den Lügen besser ganz lassen, weil man nämlich sonst eine Menge Ärger bekommt. Verstehst du? Es ist alles wie ein Traum, ein ganz böser, böser Traum. Wenn das alles dann mal rauskommt, überlebe ich das kaum. Denn im Finnland haben wir nichts. Keine Wohnung und kein Geld. Keine Arbeit, nichts zu essen. Nichts, was uns am Leben hält. Matti, komm runter. Nein. Ich tu dir nichts. In echt oder gelogen? In echt. Komm du lieber hoch. In der Wärmung wird gelogen, jeden Tag und jede Nacht. In der Politik, da wird gelogen, dass die Sparte krank. In der Schule, in der Kirche, überall wird viel gesagt. Ob das alles richtig ist, wisst ihr, es wird mir sehr viel fangen. Jeder Mensch auf groß und klein, jeder hat schon mal gelogen. Jeder Mensch auf groß und klein. Keiner will ein kleiner, keiner will ein Grümler sein. Jeder Mensch auf groß und klein. Jeder Mensch auf groß und klein. Keiner will ein kleiner, keiner will ein Grümler sein.